Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich bin einer absoluten Sucht verfallen. Seit zwei Wochen ist die Alpha von Data Force Hawk Ops draußen und dieses fucking Game ist so unfassbar gut und es ist eine Alpha. Es ist eine fucking Alpha, Leute. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich werde für dieses Video nicht bezahlt, ich habe keinen Affiliate-Link, kein gar nichts, ich habe mit den Entwicklern nichts zu tun, ich kriege nichts dafür. Dieses Video kommt von Herzen, weil ich seit vier Tagen am Suchten dieser Alpha bin und ganz ehrlich sagen muss, es hat einen DMZ-Modus, der DMZ-Modus in Data Force, ihr seht ein bisschen was davon im Hintergrund, ich habe euch ein bisschen Gameplay aus dem Battlefield-Modus gegeben und ein bisschen Hintergrund-Gameplay aus dem DMZ-Modus dort, so wie DMZ in Warzone war letztes Jahr, was sie dann leider ja eingestampft haben, nicht weiter supporten. So wie es da war, war es nicht wirklich Tag-of-DMZ-like. Es war viel zu soft, ihr habt wirklich nicht wichtige Sachen verloren. Einen Rucksack, eine Streak und einen guten Platten-Träger konnt ihr schnell wiederholen. Man hat da viel Potenzial liegen lassen, obwohl DMZ generell als Modus, so wie Extraction-Based-Shooter halt, auf dem Vormarsch sind. Und das sieht man nicht nur bei Escape from Tarkov, das ist einfach der Marktführer und dem Scam von Arena Breakout und was es da alles gibt, sondern die sind auf dem Vormarsch, da gibt es mehr. Und DMZ war ein guter Anfang von COD, ist wie immer, wenn COD irgendwas gut anfängt, sie stapfen es wieder ein und dann machen sie halt wieder nicht weiter. Das, was wir jetzt in Data Force haben, ist meiner Meinung nach das am besten funktionierende DMZ-Modul, was wir in dem Sinne bisher irgendwo gesehen haben. Und wie gesagt, Leute, es ist eine Alpha. Diese Alpha ist aktuell nur für den PC da, gibt keinen Controller-Support. Wie gut, dass Shepi seit eineinhalb Jahren Tarkov mit Maus und Tastatur spielt. Und ja, den Spaß meines Lebens, dieser DMZ-Modus ist jetzt schon so tiefgreifend. Also es geht noch bis zum, ich glaube, 28. August der Playtest. Dicke Empfehlung, Leute, ihr könnt über Kinguin, das ist so eine Key-Seite, da habe ich auch keinen Link bei, aber da kriegt ihr Alpha-Codes für, ich habe bezahlt, 2,10 Euro oder sowas. Also es ist echt günstig. Und ihr könnt die Battlefield-Modi spielen, den DMZ-Modus spielen. Dieses Game wird später released, auch für Controller-Support auf den Konsolen. Es steht aktuell bei den Entwicklern, das sind so kleine asiatische Entwickler im Jahr 2025. Das heißt, da muss man abwarten, ob das jetzt Anfang ist oder vielleicht Mitte. Aber so viel, wie dieses Game bereits bietet an Inhalt, was man an der oder in der Alpha testen kann, habe ich in den letzten 5 Jahren in keiner einzigen Alpha von irgendeinem Game erlebt. Das Game läuft stabil, das läuft auf der Unreal Engine 5. Ich habe durchgängig konstante 144 FPS und dadurch, dass mein Monitor nur 144 Hertz kann, habe ich die FPS sowieso gekappt. Also wahrscheinlich ginge sogar noch mehr, braucht man aber gar nicht, weil es ist mehr als ausreichend. Die Engine läuft super, super wenig Bugs bisher. Der DMZ-Modus ist sehr, sehr tiefgründig und ist auch ziemlich gut ausgedacht. Es gibt ein Flea, also ein Flohmarkt sozusagen oder ein Auktionshaus, wo man Sachen kaufen und verkaufen kann. Es gibt hunderte Missionen, die man jetzt schon machen kann. Der DMZ-Modus geht zu dritt. Den Battlefield-Modus mit Herrschaft haben sie reingebracht. In der Alpha, müsst ihr mal vorstellen, neuen Modus. Auf verschiedensten Karten könnt ihr in einem Vierer-Squad spielen. Die ganzen Rollen, die ihr habt, sind genauso, wie man sich das eigentlich als Battlefield-Fan auch früher bei Battlefield 2042 gewünscht hat. Die Medics machen Sinn, es gibt Speer, es gibt sehr bewegliche Charaktere. All das, was man die letzten Jahre als Fan von DMZ oder Battlefield oder sonst was sich so ein bisschen gewünscht hat, bekommt man jetzt schon in dieser Alpha geliefert, ohne dass man dafür aus diesen 2 Euro wirklich viel zahlen muss. Und man muss es ganz ehrlich sagen, super, super viele Sachen davon sind aktuell sehr, sehr richtig gemacht. Gestern Abend haben wir wieder 8,5 Stunden den DMZ-Modus durchgesuchtet. Ich bin ja bei Level 19 mittlerweile. Die Gunfights machen Spaß, das Kill-Gefühl in dem Battlefield-Modi macht unglaublich viel Spaß. Die Karten sind sehr, sehr schön, sind sehr, sehr groß. Ihr habt genau wie in Battlefield Helikopter, ihr habt Panzer, ihr habt ATVs, ihr habt Transportboote, Fahrzeuge. Ihr habt wirklich alles das, was man sich die letzten 2, 3 Jahre von Battlefield von Anfang an gewünscht hat. Und da reden wir von Entwicklern wie DICE und EA als Publisher. Da ist Finanzpower hinter. Macht Data Force richtig. Und das von einem eher vergleichsweise kleineren Studio von irgendeinem asiatischen. Dahinter ist Nova Logic, Climax Group, Climax Studios, Rebellion und Aspyr Media. Wenn ihr das so hört, sagt viele von euch, außer die absoluten Insider-Kenner mit Sicherheit. Kenne ich nicht, was ist das? Meine dicke Empfehlung, Leute. Dieses Game ist unfassbar gut. Eines der größten Probleme, was ich damals beim Release von Battlefield 42 hatte, und ich war noch nie ein riesen Battlefield-Fan, aber ich habe mich durchaus gefreut und habe auch die Beta durchgesuchtet, was leider nur eine Karte war und ein Modus. Und das 3 Tage lang. Das größte Problem im Battlefield für mich, in dem Battlefield-Modi damals, ob jetzt Eroberung oder andere Verteidigung oder was da alles gab war. Ich hatte nie das Gefühl, dass das, was ich auf dem Schlachtfeld mache, mit meinem Squad, in irgendeiner Art und Weise einen Unterschied in der Runde macht. Ich hatte nie das Gefühl, dass es Sinn macht, jemanden zu killen oder dass es mir was gebracht hat, jemanden zu killen. Es gab nie das Gefühl, dass es Sinn macht, eine Flagge zu erobern, weil alles so ein undurchdachtes Chaos war. Die Zerstörung, auf die man sich gefreut hat, war marginal. Das ist etwas, was hier bei Data Force richtig gut funktioniert. Ihr könnt Zonen und Stellungen erobern und diese Stellungen und Zonen sind in der Regel ein bisschen gecovert mit Sandsäcken, mit Holz, mit Wänden und so. Und während ihr fightet und das einnehmt und eure Spezifähigkeiten benutzt, also Smoke-Granaten, damit ihr ein bisschen gecovert seid oder es gibt einen Charakter, der Pfeile schießen kann für Elektroschocks und für Aufklärung. Und währenddessen können andere mit Granaten, Raketenwerfer, Panzern diese Deckung von diesen Stellen und Stellungen kaputt machen, sodass sie oben steht und teilweise darin stirbt. Und genau das ist das, was Battlefield für mich als auch nicht großer Battlefield-Fan, aber eigentlich immer ausgemacht hat. Zerstörung und Spaß und Fights für Stellung und Eroberung und all diese Sachen. Und Battlefield hat das alles einfach nicht hingekriegt. Und ich finde, Battlefield 2042 war einer der schlimmsten Releases von einem Game, was ich je gesehen habe. Die Tatsache, dass Leute von euch einen dreistelligen Euro-Betrag ausgegeben haben, weil sie die Season-Passe haben wollten. Und der erste fucking Season-Pass nach über einem Jahr erst kam. Wie schlecht ist das bitte von so einem Studio wie DICE und mit einem Publisher wie EA dahinter. Und da geht es nicht darum, dass EA ein guter Publisher ist. Das wissen wir alle, dass das nicht der Fall ist. Aber da sollte ja eigentlich genug Finanzkraft sein, dass man so ein Game-Release und das halbwegs fertig ist. Dazu die Spielabbrüche, die FPS-Drops, das Clunky-Movement. Und all diese Sachen funktionieren in dieser Alpha von Delta-Hawk. Ich verwechsel den Namen immer. Delta Force, Delta Hawk, das ist so ein komplizierter Name. All das funktioniert bei Delta Force, Hawk Ops grandios. Und das in einer freaking Alpha. Es ist nur eine Alpha. Da wird irgendwann wahrscheinlich noch eine Beta dazukommen. Dieser Playtest ist unglaublich beliebt aktuell. Auf Twitch 80.000 Zuschauer. Aber das müsst ihr euch mal vorstellen, bei einer Alpha-Leute. Bei einer freaking fucking Alpha. Und ich mache dieses Video nicht, damit ich irgendeinen von euch motiviere, irgendwas zu bezahlen. Weil, naja, der Code, wenn ihr die Alpha testen wollt, kostet 2 Euro. Und Kinguin ist kein Partner von mir. Ich verdiene daran, wie gesagt, nichts. Dieses Video ist wirklich von Herzen als Gamer, der nach so vielen Enttäuschungen die letzten Monate und Jahre, was Playtest angeht und Alphas angeht und Game-Konzepte, die mir eigentlich gefallen haben, wie Splitgate am Anfang oder Shatterline. Das waren alles so Sachen, wo ich gedacht habe, ey, da ist Potenzial. Da kann man was draus machen. Da kann man Gamer mitbekommen. Und dann kamen halt solche Flops wie X-Defined, wo ich von der ersten Playtest gesagt habe, irgendwie, es gibt gar keinen Point, dieses Game zu spielen, weil, ja, man levelt Waffen und kriegt eine Goldtarnung. Klasse. Alles andere ist halt leider sehr schlecht daran. Deswegen spielt es halt auch kaum noch einer. Es ist leider einfach so. Und damit will ich gar keinen angreifen. Es ist doch schön, dass ihr ein Game habt, was kein SBMM hat, wenn es jemandem Spaß macht. Aber die Spielerzahlen und Zuschauerzahlen und die Kritik an X-Defined sind ja nun so laut und deutlich, dass man merkt, dass dieses Game es leider mal wieder mit Ubisoft dahinter verkackt hat. Delta Force wird noch eineinhalb bis zwei Wochen in der Alpha-Phase sein. Nächstes Jahr wird der Release davon sein. Und meine dicke Empfehlung, wenn ihr Battlefield-Fans seid, kauft euch für zwei Euro diesen Code. Das ist nicht mal ein halber Döner mittlerweile. Ich bin mir sicher, jeder kann der Game zwei Euro wegwerfen. Testet das noch fünf, sechs, sieben, acht Tage aus. Ihr werdet Spaß haben mit den Boys, ohne die Boys. Ihr könnt auf meinen Discord kommen. Wir haben viele Delta Force Freunde aktuell. Wenn ihr DMZ gerne mögt oder Tarkov oder Singleplayer Tarkov oder PvE in Tarkov, probiert den DMZ-Modus aus. Schnappt euch ein Trio, also zwei andere Teammates. Testet es aus, geht ein bisschen looten, geht ein bisschen fighten. Dieses Game, Leute, ist oder diese Alpha, ist die beste Alpha, die ich in den letzten Monaten getestet habe. Und von Herzen als Gamer, nicht als Creator, aber als reiner Gamer, kann ich euch nur sagen, es ist selten, dass ich so viel Spaß hatte, wie in den letzten vier Tagen. Leute, lasst euren Kommentar da, falls ihr schon getestet habt. Was haltet ihr von der Alpha bisher? Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Vielleicht schaffen wir bald die 20.000. Das wäre eine geile Zahl. Danke.